Superleichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Superleichte Zeichnungen. Heute werden wir eine niedliche Prinzessin zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Um anzufangen, werde ich eine niedliche Prinzessin zeichnen. Ich zeichne ihre zwei hübschen Augen. Ihre Wimpern Ihre Nase und ihren lächelnden Mund Ihr Gesicht und ihr Haar Ihre zwei Ohren Dann zeichne ich ihre Ohrringe Ich zeichne ihren Hals und die Kette so Lasst uns hier ihr Haar beenden und ihre Krone Jetzt kommen wir zum Dekorieren Ich zeichne einige Edelsteine auf ihre Krone Wie schön! Gute Arbeit! Jetzt benutze ich diesen dicken schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen Fangen wir mit dem Ausmalen an Ich färbe die Haut der Prinzessin mit Creme Dann ein leichtes Rot für ihren Mund Ich färbe ihr Haar gelb Ich färbe ihr Haar gelb Mit einigen hellbraunen Streifen darin Dann benutze ich orange für ihre goldene Krone Dann benutze ich orange für ihre goldene Krone Dann verwende ich orange und ein wenig helllila hier Fuchsia Ausgezeichnet Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal Wir sehen uns im nächsten Video!